Jetzt geht's! Aha! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Counter-Strike Global Offensive. Heute mit dem vollen Squad. Die Dutch ist dabei, der Loki, der Sinclair und Kari. Hallo. Hallo. Hi. Wir spielen kurzes Wettkampfspiel auf Insurgent. Denn es ist immer noch Missionswoche. Besser als Erdbeerwoche, ne? Das ist die Lieblings-Map von Kari. Die ist ja auch cool. Ey, stell mich bitte erstes, geh in die Ecke und sterbe sofort. Stell dich mit einer AWP in die Ecke und töte alles. Besteck dich nicht da. So geht das. Besteck dich hier selber. Ist das, was du erzählt hast? Aus dem Wald kannst du kommen, du kannst von überall kommen. Ach, wir müssen auch noch Geisel retten, oder was müssen wir hier machen? Nein, wir müssen die verteidigen. Die dürfen nicht sterben. Wir müssen die verteidigen als... Ach ja. Andersrum denken... Kommen die bei uns jetzt mit so Panzern angefahren, oder was? Ja, die kommen... Das ist so geil! Das ist so geil! Du stehst da schön in der Pistolenrunde und die kommen da so schnell weg. Ey, pass auf, die stehen immer auch auf den Dächern und solche Geschichten, ne? Das ist nicht einfach. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Kann mir das einmal kurz erklären? Ja, wir haben... Wir wollen Geisel befreuen. Wir müssen die... Wir haben zwei Geisel. Siehst du auf der Karte die beiden H's? Ja, ja, H. Hostage, ja. Okay, das große H, da müssen die die Hostage hinbringen. Nein, Bushaltestelle, meine Güte! Nein! Hubschrauberlandeplatz! Hier! Alles Anfänger hier! Schaltestelle finde ich gut! Alter, ein Supermarkt, geil! Wo sind die? Lass mal einkaufen! Ja, erst mal einkaufen! Kann man hier irgendwo einen Einkaufswagen-Gesicht gönnen? Ja, ich werd' abgeschossen! Von wo? Hä? Von wo? Das ist nämlich die große Frage hier! Nicht, dass alles nebelig ist, du siehst ja auch gar nix! 31 Dollar für ein Kilo Äpfel, ganz schön viel! Okay, äh, ich steck' Pizzeria! Ja! Warum ist denn das umfällig? Ich hab' Hunger! Jetzt so, sucht euch ein LKW aus! Hä? Ich steck' das hier nicht! Wir fahren jetzt dahin! Ich nehm' den Linken! Ich nehm' den Blauen! Welcher fährt zur Pizzeria? Welcher fährt zur Pizzeria? Ich komm' mit Sinclair! So, Pizzeria ist links! Okay, ja, ich bin da! Ich geh' mal nach hinten rumgucken! Ich geh' zu der Geisel! Bei den Pipes bleib' ich! Ich geh' zur Geisel! Hinten im Wald! Okay, hier ist schon was! Hinten im Wald! Erstmal zur Geisel gehen! Scheiß drauf, komm! Fuck it, man! Jetzt im Supermarkt! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Mindestens einer! Ich glaub' rechts von... Ja, zwei Stück! Der war geil! Oh, Benden, nice! Beiß in der Mitte! Einen hab' ich! Einer ist in der Mitte! Nein! Ah, fuck! Das neue Fahrtenkrotz ist gut! Was hast du denn jetzt? Ich hab's nur kleiner gemacht! So ungefähr wie Dutch! Ja! Und vor allen Dingen hab' ich's gelb gemacht! Links ist doch einer Dutch! Ja! Der Geisel! Jetzt hör' mir zu! Lauf geradeaus durch! Springen aus dem Fenster! Und lauf' geradeaus durch! Geradeaus durchrennen! Ja! Durch, ne? Ladna! Durchrennen, ne? Ja, ja, geradeaus durchrennen! Geradeaus, hüpf da drüber! Links, rechts mit dem Bein, ne? Durchrennen! Einfach durchrennen! Beeil dich! Da ist er doch! Da ist er doch! Links, Mann! Links! Sie sollte rechts rennen, Mann! Ich war doch... Ich hab' noch nicht gesehen! Aber kann ich auf dir... Zieh' die Brille auf! Sie müssen die Brille geiseln sein, Leute! Einer zu einer geiseln, der andere zu anderen! Zwei! Zwei! Ja, deswegen war ich doch in der Pizzeria, Mann! Ich hab' zwei weggemacht! Achso! Soll ich ihn sonst noch machen! Ach, ihr verdammte Scheiße! Ich verstehe gar nichts! Ach, ich hab' gar nicht gekauft jetzt! Das ist natürlich passiert! Ja, dann spart ihr für nächste Runde! Ich geh' wieder in der Pizzeria! Nee! Ich geh' da, wo ich grade war! Hä, Pizzeria? Schnell einfach, dass die Autos sind! Wieso ist in der Pizzeria keine Geisel? Hä? In dem Shop ist einer! Dann geh' ich zu Eskimos! Einer ist am Bus! Ich kaufe einen! Fuck, jetzt sind zwei! Was passiert, wenn ich die Geisel töte? Äh, haben wir verloren! Drei sind draußen! Einer ist am Bus, einer ist im Mittelgang! Mehr hab' ich nicht gesehen! Ha! Ha! Schönen Supermarkt, da bin ich sicher! Oh! Links von uns? Ja, ich hab' gehört! Schleichen! Waffe gehabt, warum haben wir den getötet? Ja! Pilscher! Scheiße! In der Pizeria! Supermarkt! Supermarkt! Und einer in der Pizeria! Rechts! Warte! Nice der Map, muss man sagen! Nice Map! Crops zu der Map! Geil gemacht! Die ist furchtbar, die ist viel zu groß! Ich finde die richtig geil, ehrlich! Finde das mega geil. Okay, das ist mir jetzt so eine SG-Map, ne? So, welcher fährt ihr denn jetzt wohin? Beide fahren an die Mitte. Bei dem Spiel, das noch keine Rolle ist. Bei Countern fährst du in unterschiedlichste Richtungen. Na gut. Ich geh wieder... Ne, ich geh ins Bürogebäude. Ja, ich weiß nicht, wo die Pizzeria ist. Irgendwann vom Supermarkt. Zwei sind auf dem Dach. Ach, hier ist die Geisel, okay. Ich bin auf dem Dach. Einer hat mich. Zwei sind auf dem Dach. Den könnt ihr kriegen. Andere Richtung wenden. Genau, links oben. Ja, ich bleib hier. Also ich hab Blick auf Pizzeria. Ich bin bei der Geisel. Hier ist schon einer. Einer ist im Supermarkt schon. Hier kommt einer durchs Bürogebäude. Ja, Supermarkt. Pizzeria ist aufgenommen. Fuck! Aber das ist schwierig, ne? Doch, das ist schon schwierig. Ja. Aber cool. Jetzt hol ich die mir. Die Pizzer vom Dach. Mal gucken, ob AK hier auch geht. Ich glaub, die sehen auf dem Dach mehr als wir von unten. Ne! Wenn ich eine späte SSG auf den gezielt hab, konnte ich hier nicht sehen, aber er konnte mich sehen. Perfekt, hier gibt's ein Klo. Wieder auf den... Nein, hinter mir! Hä, hinter mir? Ja, ja, die kommt von überall. Die sagt ja, die kann aus fünf verschiedenen Neckten kommen. Infos. Ey, hinten aus dem Wald. Ein Leben noch. Mindestens zwei aber. Supermarkt, deiner? Sauber, look. Cari, links draußen war auch einer. Hinter Sinclair. Sinclair hat an den Rücken geschossen. Der ist gerade reingelaufen. Das heißt, da muss einer irgendwo sein. Bis alleine. Im Supermarkt wird befreit. Alter, was hat der denn für'n Lack, dass ich hier in dem Moment rauskomme, du? Ne, das ist kein Lack. Ey, oder wir verstecken uns einfach alle, da wo die die hinbringen müssen. Ja, da könnte es schon wieder zu spät werden. Ah, ne, es gibt ja nur einen Ort, ne? Es gibt nur einen Ort. Nur einen Ort, aber die treiben uns da hin und verstecken uns da hin. Aus drei verschiedenen Ecken können die kommen. Okay, ich mache das so. Dann müssen wir ja einmal komplett aus dem Raum laufen. Wieso dat denn? Einfach mittendurch, was ist mit dir? Oh, Gebäude hier. Ja, dann sehen wir uns doch. Aber ein bisschen vorher positionieren. Einer ist auf dem Dach, der andere ist auf dem Dach. Tatsächlich, hat der mich erwischt. Fuck, mich auch. Sinclair alleine. Der Plan war ein anderer. Wo sind die denn? Nicht bei dir im Bürogebäude. Hier sind unten die Geisel gefreit. Die sind raus. Jetzt rennen geradeaus durch. Links, links. Geradeaus. Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Der sieht den hinteren Zaun, aber nicht den auf dem Dach. Das ist... Nein, links auf dem Dach. Sinclair. Nein. Ich hab die gerade auch so platt gemacht. Ja, und genau links oben. Wie geil war das denn? Der Adler mit den Maulwurfsaugen. Ich brauch wirklich eine Brille. Sinclair, das war super. Hallo, zwei Kills, ey. Ich bitte euch. Ja, ja, alles gut. Ich bin der Erster bei uns. Also, ich hab nur die zwei Kills aus der Pistolenrunde. Was ist hier los? Kari, spielst du auch mit? Nein. Ich sag es dir doch. Ich spawn und hab Instant Headshot. Ich hab nicht mal zu mir einen Schuss abgegeben und bin tot. Den ich dir jetzt in den scheiß Supermarkt. Ich merk hier nix. Ich weiß nicht, wo die Geiseln sind. Verdammte Scheiße. Ist klar, das schießt durch den Zaun perfekt auf meine Position. Mann. Ey, ich hasse diese Map. Meine Fresse, komm ich nicht da hin. Ah, da hinten am Bus versteckt sich auch noch immer einer. Ey, die wechseln. Die sind gut. Aber ja, grad da war einer am Bus. Ich hab zwei am Supermarkt weggemacht. Zwei nur noch, Leute. Rechts von dir ist links ist AWP. Rechts um die Ecke. Um die Ecke. Hinter dir um die Ecke. Wenn ihr einen roten Bus seht, da war auch einer. Und wo sind die jetzt? Da war einer, oder? Ich guck dir mal zu, weil Sinclair läuft da durch Gebäude. Ich muss dir jetzt mal die Immobilie angucken. Hä, wo ist der hin? Ich hab doch gerade einen gesehen. Bin ich doof? Alle sind noch. Oder war das Sinclair? Gute auch ich gewesen sein. Jaja, jetzt setzen wir nicht noch beieinander. Was ist denn der jetzt? Hier, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Pst. Einer noch. Fuck. Bei Bänden. Bei mir. Noch 14 Sekunden. Jetzt sind 12 Sekunden. Schaffen wir. Easy. Nein, er hat nicht. Nein, nein. Egal. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Alles gut. Schafft er nicht. Doch. Der muss sie doch nur holen. Doch, der kriegt ja noch eine extra Minute. Ja. Sinclair, du musst den Platz machen. Oh. Nein, du musst Richtung... Wo ist denn meine Geisel überhaupt? Ich verstehe das gar nicht. Lauf Richtung Endpunkt. Ich hab ihn gesehen. Alter, Leute. Nein. Ich hab drei Stück gemacht. Helft mir doch mal. Kann mir bitte, kann mir bitte mal einer sagen, wo ist diese Geisel in dem Bürogebäude? Unten. Wenn du die Treppen hochgehst, rechts und dann links. Da sitzt sie. Ist sie nicht unten? Nein, die ist oben. Du musst die Treppen hochgehen. Gut, dann wollen wir nochmal. Sonst nimm die im Supermarkt mit mir, Sinclair. Treppen hoch und dann rechts, links. Und sitzt die da. Von da ist einer? Ah, hier. Hab sie gefunden. Ein Glück. Am Auto ist auch keiner. Da war da einer. Ey, wo war der denn? Der und wieder, Alter. Fuck, einer ist im Supermarkt schon drin. 51 hab ich ihm gegeben. Links kommt einer, Sinclair. Geisel ist schon befreit. Geisel im Supermarkt ist befreit. Sinclair, los zum Stützpunkt. Der kommt aus. Lauf los zum Stützpunkt, Sinclair. Du musst da nicht warten auf die andere Geisel. Die brauchen nur die eine Geisel holen, ne, Sinclair? Wenn die eine haben, haben die gewonnen. Echt? Ja. Lauf durch, lauf geradeaus durch. Links war der. Lauf durch. Wenn ich den nachladen muss und der ist hier um die Ecke. Ist egal, lauf durch. Wenn er die Geisel holt, muss er die zum Stützpunkt bringen. Das heißt, ihr müsst sofort zu dem großen Hader rennen, um ihn aufzuhalten. Ohne Ammo, das macht auch keinen Sinn. Er gibt's. Kari, isst du noch, oder? Nein. Ich sag's dir. Ich gebe nichtmals einen Schuss mehr, aber ich bin sofort tot. Ich hab keine Ahnung. Versteck dich doch mal irgendwo. Ich hab, ich sag dir, ich bin immer mit vollem Magazin gestorben. Ich komm lieber ins Bürogebäude, da wirst du nicht so schnell gekillt. Was sag dir das? Das ist mein Tipp. Siehst du das, Loki? Genau den Typen da mein ich. Jo. Einen hab ich im Supermarkt. Einer. Warte, denn. Sieht ja gerade aus, an der Haltestelle ist er einer. Ja, ich hab den gesehen, ich hab den gesehen. Der ist da hinten irgendwo in der Wildnis. Die haben mir eine echt geile Zaschen. Ja, hab ich. Fuck, Alter. Sieht ja alleine. Was soll ich dazu sagen? Geilste Runde. Beste auf jeden Fall. Gut, dass ich aufnehme. Ja, die sind auf jeden Fall weiter, ne? Ja, guckt ja mal deren Badges an. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wo ihr starten wollt. Ihr habt vier, fünf Transporter. Kommt mit, wir gehen alle über, wir gehen alle über Dentist. Ich geh, oh ne, dann geh ich Forest. Ach du Scheiße, wo bin ich denn, ey? Im Forest? Ach du Scheiße. Du bist jetzt hinterm Supermarkt wahrscheinlich, in dem Wald, oder? So. Keine Ahnung. Ich muss den nehmen. Ich muss erst mal suchen, ja. Einer ist draußen, unten. Hinter diesem gelben, weißen LKW. Hat wieder irgendeiner auf dich geschossen. Mich hat's getroffen, Luke. Einer ist im Supermarkt. Ja, hinter mir. Nein, jetzt muss ich nachladen. Jetzt kommt der andere vor. Mann! Wo war der? Keine Ahnung. Ich hab das nicht mitbekommen. Jetzt der erste Kill von Kari. Woo! Hast du gesehen, wie der schon wieder auf mich pre-fired hatte? Bevor ich überhaupt auf den gezielen konnte. Jetzt von dir und vor dir. Wie schießt du denn heute? Kari hasst einfach diese Map. Kann es sein, dass wir jetzt nicht einen Schritt weitergekommen sind in der Mission? Nee. Ich glaube wirklich, in dem Fall muss man wirklich einzeln alleine das spielen, damit man mit vier Erfahrenen da durchgeht. Wir haben quasi das Spiel retten. Wir sind erfahren. Ja, auf der Map. Entschuldigung. Ich guck Speed Speed. Ich bin erfahren auf der Map. Zweiter Versuch. Ja. Let.